Diese Kids aus dem Heim Wohren die ganzen Jungen hier? Ich fürchte ja, mein Sohn. Warum wohnen die hier allein, ohne Mom und Dad? Das ist ja ätzend. Ich hau ab. Chip! Widersetzen sich allen Regeln. Wie funktioniert das Ding? Der neue Hausmeister Ab heute sind Sie nur noch der Hausmeister im städtischen Jungenheim. So ein Loser. Hat nichts zu lachen. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht, dass wir es hier mit Kindern zu tun haben, die viel durchmachen mussten? Jetzt kommen Sie mir nicht mehr nach Predigt über die Armen weisen. Ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn die Jungs in einer Fußballmannschaft spielen. Es gibt da ein Problem. Sie haben keinen Trainer. Netter Versuch, aber leider fehlgeschlagen. Wieso nicht? Hey Julian, wach auf, da brennt was. Aufwachen Leute, es brennt! Prost, Chip! Oh Mann, er hat sich geschockt! Der Butler! Es gibt kein neues Haus bis morgen. Nein, wir werden die Jungs auch verschiedene Heime im Land verteilen. Was mit Privatgeld? Der Hausmeister sind die Jungs auf der Straße und das geht wirklich. Die Zukunft der Jungen. Ich bin sicher, wir können unser Geld verdoppeln. Dann bauen wir den Kindern ein neues Haus. Was verstehen Sie denn schon von Fußball? Gebt mir den Ball! Hängt von einem einzigen Spiel ab. Oh, nicht übel. Sie sind toll, Mr. Butler. Was stinkt? Steht zu Dienstentrainer. Butler tut alles. Heute ist der Tag der Abrechnung mit den Typen. Ja, genau so. Um den Jungen zu helfen. Home Team! Home Team! Schwimpel, Hüte, Wattens! Steve Guttenberg, Sophie Lorraine, Ryan Slater. Home Team, der Film mit dem Kick. I'm still hoping to find you.